ich kann nicht mehr ich meine es wird höchstwahrscheinlich zu tun haben mit formel 1 wir hatten nämlich den letzten streams formel 1 sessions die waren weit 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 die waren fernab entfernt von gutmann das war echt unter aller sau mann komm let's go was läuft was läuft willkommen zum nächsten video darin will ich wohnen was ist das denn was ist das denn ich schwöre ich meine es jetzt ganz was für eine taschenlampe in sowas zu wohnen das so würde ich so gerne hier würde ich mir richtig geil was reinbauen ach so sind toiletten es reichen jetzt ein paar punkte die ich dir aufzählen die mich schon wissen lassen dass dieses cod ist erstens fangen wir die kleinen punkte an erstens lassen wir die kleinen punkte weg wie findest du matras skin findest du das passt in fortnite oder sagst du nervt ich hab gerade erst so richtig realisiert dass ich mit trimix spiel und rumatra und rumatra war der ist mir egal let's go richtige antwort oh nein ey wie kann man denn was die kennt das nicht was wie sie das heißt ich kann eine sache sagen wir nehmen normalerweise die leute hoch die stress schicken warte mal aber ich weiß ganz genau warte mal ich war dabei ich glaube tatsächlich ist man wieder meine mods haben auch wieder angefangen mit fortnite spielen das bedeutet richtige moves spielen das game wieder ja genau dann sind dann sind richtig dann ist die casual basis wieder reichen da ging es ja jeder verspreche von mir gar nichts was kannst du eigentlich richtige moves spielen das game wieder genau motto was war das was ist die frage warum ist hier motto und dann texas mit 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 wirklich extrem guter mann mit 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 das Das ist jetzt ein interessanter Ansatz. Lass mich kurz schauen, ich frage mal DuaLipa, eine Sekunde. Hi, this is DuaLipa. Thank you for listening to my music. Dir geht's gut. Judas, gurus. Family Life, Family Life. Family Life, Main Server seit Tag 1, Digga. Gehen Sie an die Zellenwand. Yo, ich bin hier gerade. Was für ein Server, Chat? Was für ein Server? Family Life. Ey, this is DuaLipa, mein Lieber. Ja, ich kann den Namen jetzt hier nicht erwähnen von dem Server, aber Bruder. 100 Subs, ich sag dir so. Nur noch, nur noch der Server. 24 Stunden Streams, 48 Stunden Streams, 72 Stunden Streams. Yo, ich bin hier gerade bei meinem Highscore. Das ist mir schlussendlich gar nicht, Ruth. Yo, du kannst doch nicht bei meinem Highscore einfach sagen. Ich soll an die Wand gehen, Mann. Ich will nicht, dass Sie meinen Highscore knacken. Gehen Sie an die Wand. Yo, ich bin bei 3000. Betjobs, verruft mich hier lang. Dance-Verbot im IRL-Stream. Nee, ist ja gut, wie gesagt. Anfänglich, anfänglich, ein ganz klein wenig verwirrt bist du, aber ich glaube, du bist ein Netter. A little bit of Monica in my life. Junge, ich hab sich auf ein paar Leute verewigt, Alter. Oh, Alter. Junge, ich bin fast weggerutscht. Und da war auch... Aua. Aua. Nächstes Jahr brauchst du aber erst fünf... Oh, Junge. Dicker. Wo kommt der denn her? A little bit of Erica by my side. Ey, die kennen mich. Ihr habt dich gefunden. Ehre. Ja, weitermachen. Danke. Junge. Hermann, du bleib stehen oder ich schieße dir in die Fresse. Bleib stehen. Komm raus aus dem Auto. Ich zähl bis drei. Eins. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich sie bin. Die holen sich ein Tier mit der Begründung, ich bin einsam, aber kümmern sich um dieses Hund nicht so. Ja, dieser Hund. Random Squads mit Trimax. Das war einfach ein richtig cooler, höflicher 13-Jähriger. Das war ein richtig geiler 13. Nee, das klingt falsch. What the... Bro. Ehrlich, Max, alle, wir haben einen Podcast, Junge. Raff dich mal. Oh Gott, Spielkanal. Hallo. Hallo. Hey. Was? Was? Seid ihr die echten? Ist das Soundboard? So, let's go. Wo wollen wir landen? Ja, da, wo ich mal klettert komme. Also entweder... Pusch dich mal, Trimax. Pusch dich mal. Ja, das ist ein Soundboard. Ich hab High. Ich hab High. Ich hab High. Vor uns Gegner, 300 Meter. Genau. Wollen wir halt so viele schon gelandet sind. Redest du mit Mike? Ich glaub, der Mikrofon liegt im Flaschenbrecher. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Bro, das geht nicht. Das geht nicht, Dicker. Ich hab das noch nie gesehen in Valorant oder in einer anderen Schule, dass jemand quasi alles hört und auch noch... Du spielst da mit irgendwelchen Leuten, die auf dem Fernseher lautstärke 100 zocken. Wie geht das? So, Valorant wäre... Ich wäre... Ich würde lieben. Baby, girl, was hat? Ja, okay. Dann tschau, ne? Ja, gleichfalls. Tschüss, tschüss, tschau, tschau. Was war denn das, Jan? Wusstet ihr das noch nie gehört? Oder hat er sich dann Bucke angemacht, weil er sauer war, dass er tot war? War ich Katja? Oh, tatsächlich. Wie stumpf ist dein Humor? Ey, ihr seid wirklich schlecht. Deutsche Flagge. Das ist Brasilien, ihr Idioten. Weiß. Da hat er mit Absicht gemacht, Chat. Ich fahre hier auch, um nach vorne zu kommen. Oh mein Gott, was? Hey, hey, hey! Hey, Mann, mach eure Augen! Oh, Mann! Ich spiel Formel 1 diesen Monat nicht mehr! Das ist falsch, wie der Formel. Nein, 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 nein! Ich kann nicht mehr! Oh, 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 oh mein Gott! Hier wird Pauling gespielt! Wenn der Lehrer wieder nach Klo... Klo-Papier... Klo-Papier-Geld? Hä? Wenn der Lehrer wieder nach Klo-Pier... Ach, Klo-Pier-Geld! Ach, guck, ich dachte, Klo-Papier-Geld! Oh, Alter! Bruder! Halt mal's! Oh, Boah, Digga! Oh, Digga, ich dachte, jetzt ist mein Leben vorbei! Nein, das war nicht das N-Wort-Dog. Also, wahrscheinlich droppe ich einfach bei so einem Ding, das... What the fuck? Nee, das war einfach... Nee, Digga! Team Joko gegen Team... Man, das ist so ein... ...spieler! Huge, Mann, euer Streamer! Das kannst du keinem erzählen, Alter! Nervig wird und auch anstrengend wird. Wisst ihr, was das Hübsche ist? Ich finde, ihr Gesicht hat... Man guckt gerne auf ihr Gesicht so. Sie hat irgendwie ein angenehmes Gesicht zum Anschauen. So wie ich. Meine Augen! Och, nee! Oh, Mann! Ey, war ein unterhaltsames Video, kann man nicht sagen. Kilian und seine Toilette war... Bruder, was war da los, Mann? Ey, Lolo, Kuss und Gruß geht raus. Ja, die Formel 1-Szenen hätten nicht reingemusst. Aber ich sage euch so, wie es ist. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Diesen Monat... ...kommt kein Formel 1 mehr. Die Bobby hat er... wichtige Fune! ...kommt... ... ...kommt kein Formel 1-Szenen, nieren soll. ...kommt kein Schpinn! sta Gerdaее!